3D Gedankenschärfe Aber Joachim konnte nur noch behindert und undeutlich antworten. Er hatte aus einem rotledernen, mitsamt gefütterten Etui, das auf seinem Tische lag, ein kleines Thermometer genommen und das untere, mit Quecksilber gefüllte Ende in den Mund gesteckt. Links unter der Zunge hielt er es, so, dass ihm das gläserne Instrument schräg aufwärts aus dem Mund hervorragte. Dann machte er Haustoilette, zog Schuhe und eine litewkaartige Joppe an, nahm eine gedruckte Tabelle, nebst Bleistift vom Tisch, ferner ein Buch, eine russische Grammatik, denn er trieb Russisch, weil er, wie er sagte, dienstlich Vorteil davon erhoffte und so ausgerüstet nahm er draußen auf dem Balkon im Liegestuhl Platz, indem er eine Kamelhaardecke nur leicht über die Füße warf. Sie war kaum nötig. Schon während der letzten Viertelstunde war die Wolkenschicht dünner und dünner geworden und die Sonne brach durch, so sommerlich warm und blendend, dass Joachim seinen Kopf mit einem weißleinenden Schirm schützte, der vermittels einer kleinen, sinnreichen Vorrichtung an der Armlehne des Stuhles zu befestigen und dem Stande der Sonne nach zu verstellen war. Hans Kastorp lobte diese Erfindung. Er wollte das Ergebnis der Messung abwarten und sah unterdessen zu, wie alles gemacht wurde, betrachtete auch den Pelzsack, der in einem Winkel der Lodger lehnte, Joachim bediente sich seiner an kalten Tagen und blickte die Ellenbogen auf der Brüstung in den Garten hinab, wo die allgemeine Liegehalle nun von lesend, schreibend und plaudernd ausgestreckten Patienten bevölkert war. Übrigens sah man nur einen Teil des Inneren, etwa fünf Stühle. »Aber wie lange dauert das denn hier?«, fragte Hans Kastorp und wandte sich um. Joachim hob sieben Finger empor. »Die müssen doch um sein, die sieben Minuten.« Joachim schüttelte den Kopf. Etwas später nahm er das Thermometer aus dem Munde, betrachtete es und sagte dabei, »Ja, wenn man ihr aufpasst der Zeit, dann vergeht sie sehr langsam. Ich habe das Messen viermal am Tage ordentlich gern, weil man doch dabei merkt, was das eigentlich ist. Eine Minute oder gar ganze sieben, wo man hier sich die sieben Tage der Woche so grässlich um die Ohren schlägt. »Du sagst eigentlich, eigentlich kannst du doch nichts sagen,« entgegnete Hans Kastorp. Er saß mit einem Schenkel auf der Brüstung und das Weiße seiner Augen war rot geädert. »Die Zeit ist doch überhaupt eigentlich nicht. Wenn sie einem lang vorkommt, so ist sie lang, und wenn sie einem kurz vorkommt, so ist sie kurz. Aber wie lang oder kurz sie in Wirklichkeit ist, das weiß doch niemand.« Er war durchaus nicht gewohnt zu philosophieren und fühlte dennoch den Drang dazu. Joachim widersprach. »Wieso denn? Nein, wir messen sie doch. Wir haben doch Uhren und Kalender, und wenn ein Monat um ist, dann ist er für dich und für mich und für uns alle um.« »Dann pass auf,« sagte Hans Kastorp und hielt sogar den Zeigefinger neben seine trüben Augen. »Eine Minute ist also so lang, wie sie dir vorkommt, wenn du dich misst.« »Eine Minute ist so lang, sie dauert so lange, wie der Sekundenzeiger braucht, um seinen Kreis zu beschreiben.« »Aber er braucht ja ganz verschieden lange für unser Gefühl.« »Und tatsächlich, ich sage tatsächlich genommen?« wiederholte Hans Kastorp und drückte den Zeigefinger so fest gegen die Nase, »dass er ihre Spitze vollständig umbog.« »Ist das eine Bewegung, eine räumliche Bewegung, nicht wahr?« »Halt, warte!« »Wir messen also die Zeit mit dem Raume.« »Aber das ist doch ebenso, als wollten wir den Raum an der Zeit messen.« »Das doch nur ganz unwissenschaftliche Leute tun. Von Hamburg nach Davos sind 20 Stunden.« »Ja, mit der Eisenbahn, aber zu Fuß. Wie lange ist es da? Und in Gedanken? Keine Sekunde.« »Hör mal«, sagte Joachim, »was hast du denn? Ich glaube, es greift dich an hier bei uns.« »Sei still, ich bin sehr scharf im Kopf für heute.« »Was ist denn die Zeit?«, fragte Hans Kastorp und bug seine Nasenspitze so gewaltsam zur Seite, dass sie weiß und blutleer wurde. »Willst du mir das mal sagen? Den Raum nehmen wir doch mit unseren Organen wahr, mit dem Gesichtssinn und dem Tastsinn, schön. Aber welches ist denn unser Zeitorgan? Willst du mir das mal eben angeben?« »Siehst du, da sitzt du fest.« »Aber wie wollen wir denn etwas messen, wovon wir genau genommen rein gar nichts, nicht eine einzige Eigenschaft auszusagen wissen? Wir sagen, die Zeit läuft ab, schön. Soll sie mal ablaufen also. Aber um sie zu messen, um sie messen zu können, warte. Um messbar zu sein, müsste sie doch gleichmäßig ablaufen. Und wo steht denn das geschrieben, dass sie das tut? Für unser Bewusstsein tut sie es nicht. Wir nehmen es nur der Ordnung halber an, dass sie es tut, und unsere Maße sind doch bloß Konvention. Erlaube mir mal.« »Gut«, sagte Joachim, »dann ist es wohl auch bloß Konvention, dass ich hier vier Striche zu viel habe auf meinem Thermometer. Aber wegen dieser fünf Striche muss ich mich hier herumräkeln und kann nicht Dienst machen. Das ist eine ekelhafte Tatsache.« »Hast du 37,5?« »Es geht schon wieder herunter.« Und Joachim machte die Eintragung in seine Tabelle. »Gestern Abend waren es fast 38.« »Das machte deine Ankunft. Alle, die Besuch bekommen, haben Erhöhung.« »Aber es ist doch eine Wohltat.« »Ich gehe ja nun auch,« sagte Hans Castor. »Ich habe noch eine Menge Gedanken über die Zeit im Kopf. »Es ist ein ganzer Komplex, kann ich wohl sagen. Aber ich will dich jetzt nicht damit aufregen, da du sowieso zu viele Striche hast. Ich werde es schon behalten, alles, und wir können später darauf zurückkommen, vielleicht nach dem Frühstück. Wenn es Frühstückszeit ist, rufst du mich wohl. Ich gehe jetzt auch in die Liegekur. Es tut ja nicht weh, Gottlob.« Und damit ging er an der gläsernen Scheidewand vorbei, in seiner eigenen Loge hinüber, wo gleichfalls ein Liegestuhl nebst Tischchen aufgeschlagen war, holte sich Ocean Steamships und sein schönes, weiches, dunkelrot und grün gewürfeltes Plate aus dem reinlich aufgeräumten Zimmer und ließ sich nieder. Auch er musste sehr bald den Schirm aufspannen. So wie man lag, wurde der Sonnenbrand unerträglich. Man lag aber ganz ungewöhnlich bequem, das stellte Hans Castor sogleich mit Vergnügen fest. Er erinnerte sich nicht, dass ihm je ein so angenehmer Liegestuhl vorgekommen sei. Das Gestell, ein wenig altmodisch in der Form, was aber nur eine Geschmacksspielerei war, denn der Stuhl war offenbar neu, bestand aus rotbraun poliertem Holz und eine Matratze mit weichem, cartoonartigem Überzug, eigentlich aus drei hohen Polstern zusammengesetzt, reichte vom Fußende bis über die Rückenlehne hinauf. Außerdem war vermittels einer Schnur eine weder zu feste noch zu nachgiebige Nackenrolle mit gesticktem Leinenüberzug daran befestigt, die von besonders wohltuender Wirkung war. Hans Castor stützte einen Arm auf die breite, glatte Fläche der Seitenlehne, blinzelte und ruhte, ohne Ocean Steamships zu seiner Unterhaltung in Anspruch zu nehmen. Durch die Bögen der Lodger gesehen, wirkte die harte und karge, aber hell besonnte Landschaft draußen gemäldeartig und wie eingerahmt. Hans Castor betrachtete sie gedankenvoll. Plötzlich fiel ihm etwas ein, und er sagte laut in der Stille, »Es war ja eine Zwergin, die uns beim ersten Frühstück bediente.« »Psst«, machte Joachim, »leise doch, ja, eine Zwergin, und?« »Nichts, wir hatten uns noch gar nicht darüber ausgesprochen.« Und dann träumte er weiter. Es war schon zehn Uhr gewesen, als er sich niedergelegt hatte. Eine Stunde verging, es war eine gewöhnliche Stunde, nicht lang, nicht kurz. Als sie verflossen war, tönte ein Gong durchs Haus und durch den Garten, erst fern, dann näher, dann wieder fern. »Frühstück«, sagte Joachim, und man hörte, dass er aufstand. Auch Hans Castor beendete für diesmal die Liegekur und ging ins Zimmer, um sich ein wenig zurechtzumachen. Die Vättern trafen sich auf dem Korridor und gingen hinunter. Hans Castor sagte, »Nun, es lag sicher ausgezeichnet, was sind denn das für Stühle, wenn es die hier zu kaufen gibt, dann nehme ich mir einen mit nach Hamburg. Man liegt ja darauf wie im Himmel. Oder meinst du, dass Behren sie eigens nach seinen Angaben hat anfertigen lassen?« Joachim wusste das nicht. Sie legten ab und betraten zum zweiten Male den Speisesaal, wo die Mahlzeit schon wieder in vollem Gange war. Es schimmerte weiß im Saale vor lauter Milch. An jedem Platz stand ein großes Glas, wohl ein halber Liter voll. »Nein«, sagte Hans Castor, als er wieder an seinem Tischende zwischen der Nähterin und der Engländerin Platz genommen und ergeben seine Serviette entfaltet hatte, obgleich er noch so schwer belastet war, vom ersten Frühstück. »Nein«, sagte er, »Gott stehe mir bei, Milch kann ich überhaupt nicht trinken, und am wenigsten jetzt ist vielleicht nicht Porter da?« und er wandte sich zuerst höflich und zart an die Zwergin mit dieser Frage. Leider war keiner da. Aber sie versprach, Kulmbacher Bier zu bringen und brachte es auch. Es war dick, schwarz, braunschäumig und er setzte den Porter aufs Beste. Hans Castor trank durstig davon aus einem hohen Halblitterglase. Er aß kalten Aufschnitt dazu auf Röstbrot. Wieder war Haferbrei aufgestellt und wieder viel Butter und Obst. Er ließ wenigstens seine Augen darauf ruhen, da er nicht fähig war, sich davon zuzuführen. Auch betrachtete er die Gästeschaft. Die Massen begannen sich für ihn zu teilen. Einzelpersonen traten hervor. Sein eigener Tisch war komplett bis auf den oberen Platz ihm gegenüber, welcher, wie er sich belehren ließ, der Doktorplatz war. Denn die Ärzte, wenn ihre Zeit es irgend erlaubte, beteiligten sich an den gemeinsamen Mahlzeiten und wechselten dabei die Tische. An einem jeden war zuoberst ein solcher Doktorplatz freigehalten. Jetzt war keiner von beiden anwesend. Man sagte, sie seien bei einer Operation. Wieder kam der junge Mann mit dem Schnurrbart herein, senkte einmal das Kinn auf die Brust und setzte sich mit sorgenvoll verschlossener Miede. Wieder saß die hellblonde, magere, an ihrem Platze und löffelte Jochurt, als ob dies ihre einzige Speise wäre. Neben ihr saß diesmal eine kleine, muntere, alte Dame, die in russischer Zunge auf den stillen jungen Mann einredete, der sie sorgenvoll anblickte und nicht anders als mit Kopfnicken antwortete, wobei er jenes Gesicht machte, als habe er etwas schlecht Schmeckendes im Munde. Ihm gegenüber, an der anderen Seite der alten Dame, war ein weiteres junges Mädchen platziert. Hübsch war sie, von blühender Gesichtsfarbe und hoher Brust, mit kastanienbraunem, angenehm wellig geordnetem Haar, runden, braunen, kindlichen Augen und einem kleinen Rubin an ihrer schönen Hand. Sie lachte viel und sprach ebenfalls Russisch, nur Russisch. Sie hieß Maruschia, wie Hans Castorp hörte. Ferner bemerkte er beiläufig, dass Joachim mit strengem Ausdruck die Augen niederschlug, wenn sie lachte und sprach. Settembrini erschien durch den Seiteneingang und schritt schnurrbart kräuselnd zu seinem Platze, der am Ende des Tisches gelegen war, der schräg vor demjenigen Hans Castorp stand. Seine Tischgenossen brachen in schallendes Lachen aus, als er sich niedersetzte. Wahrscheinlich hatte er eine Bußheit gesagt. Auch die Mitglieder in des Vereins Halbe Lunge erkannte Hans Castorp wieder. Hermine Klefeld schob mit dummen Augen zu ihrem Tische dort drüben von der einen Verandatür und begrüßte den wulstlippigen Jüngling, der vorhin so unschicklich seine Jacke emporgerafft hatte. Die elfenbeinfarbene Levi saß neben der fetten und leberfleckigen Iltis und der Unbekannten an dem querstehenden Tisch rechts von Hans Castorp. Da sind deine Nachbarn, sagte Joachim leise zu seinem Vetter, in dem er sich vorneigte. Das Paar ging dicht an Hans Castorp vorbei, zu dem letzten Tisch rechts, dem schlechten Russentisch. Also wo schon eine Familie mit einem hässlichen Knaben große Haufen Porridge verschlang. Der Mann war schmächtig gebaut und hatte graue und hohle Wangen. Er trug eine braune Lederjoppe und an den Füßen plumpe Filzstiefel mit Spangenverschluss. Seine Ehefrau, ebenfalls klein und zierlich, in wippendem Federhut, trippelte auf winzigen, hochgestöckelten Juchtenstiefelchen. Eine unsaubere Boa aus Vogelfedern lag um ihren Hals. Hans Castorp betrachtete die beiden mit einer Rücksichtslosigkeit, die ihm sonst fremd war und die er selbst als brutal empfand. Doch war es eben das Brutale daran, das ihm plötzlich ein gewisses Vergnügen verursachte. Seine Augen waren zugleich stumpf und zudringlich. Als in demselben Augenblick die Glastür zur Linken zufiel, schmetternd und klirrend, wie beim ersten Frühstück, zog er nicht zusammen wie heute früh, sondern schnitt nur eine träge Grimasse. Und als er den Kopf nach jener Seite wenden wollte, fand er, dass ihm dies allzu schwer falle und dass es die Mühe nicht lohne. So kam es, dass er auch diesmal nicht zu der Feststellung gelangte, wer mit der Tür denn so liederlich umgehe. Die Sache war die, dass das Frühstücksbier, sonst nur von mäßig benebelnder Wirkung auf seine Natur, den jungen Mann heute vollständig betäubte und lähmte. Es zeitigte Folgen, als hätte er einen Schlag vor die Stirn bekommen. Seine Lieder waren blei so schwer, die Zunge gehorchte dem einfachen Gedanken nicht recht, als er aus Artigkeit mit der Engländerin zu plaudern versuchte. Auch nur die Richtung des Blickes zu verändern, erforderte große Selbstüberwindung, und hinzu kam, dass der abscheuliche Gesichtsbrand den gestrigen Grad nun wieder vollauf erreicht hatte. Seine Wangen schienen ihm gedunsen vor Hitze. Er atmete schwer, sein Herz pochte wie ein umwickelter Hammer, und wenn er unter all dem nicht sonderlich litt, so war es deshalb, weil sein Kopf sich in einem Zustand befand, als habe er zwei oder drei Atemzüge von Chloroform getan. Dass Dr. Krokowski doch noch beim Frühstück erschien und an seiner Tafel ihm gegenüber Platz nahm, bemerkte er nur traumweise, obgleich der Doktor ihn wiederholendlich scharf ins Auge fasste, während er mit den Damen zu seiner Rechten russisch konversierte. Wobei die jungen Mädchen, nämlich die blühende Maruschia, sowohl wie auch die magere Jochurd-Esserin, unterwürfig und schamhaft die Augen vor ihm niederschlugen. Übrigens hielt Hans Kastorp sich redlich, wie sich von selbst versteht, schwieg, da seine Zunge sich widerspenstig zeigte, lieber still und handhabte Messer und Gabel sogar mit besonderem Anstand. Als sein Vetter ihm zunickte und sich erhob, stand er ebenfalls auf, verneigte sich blind gegen die Tischgenossen und ging bestimmten Schrittes hinter Joachim hinaus. »Wann ist denn wieder Liegekur?« fragte er, als sie das Haus verließen. »Das ist das Beste hier, so viel ich sehe. Ich wollte, ich läge schon wieder auf meinem vorzüglichen Stuhl. Gehen wir weit spazieren? Ein Wort zu viel. Nein, sagte Joachim, weit darf ich gar nicht gehen. Um diese Zeit gehe ich immer ein bisschen hinunter, durchs Dorf und bis Platz, wenn ich Zeit habe. Man sieht Läden und Leute und kauft ein, was man braucht. Man liegt vor Tische noch eine Stunde und dann liegt man wieder bis vier Uhr. Sei ganz unbesorgt.« Sie gingen im Sonnenschein die Anfahrt hinab und überschritten den Wasserlauf und das schmale Geleise, die Berggestalten der rechten Tallehne vor Augen, das kleine Schierhorn, die grünen Türme und den Dorfberg, die Joachim bei Namen nannte. Dort drüben, in einiger Höhe, lag der ummauerte Friedhof von Davos Dorf. Auf diesen ebenfalls wies Joachim mit seinem Stocke hin. Und sie gewannen die Hauptstraße, die um ein Stockwerk über die Talsohle erhöht, die terrassierte Lehne entlang führte. Von einem Dorfe konnte übrigens nicht gut die Rede sein. Jedenfalls war nichts davon als der Name übrig. Der Kurort hatte es aufgezehrt, indem er sich immerfort gegen den Taleingang hin ausdehnte und der Teil der gesamten Siedlung, in welcher Dorf hieß, ging unmerklich und ohne Unterschied in den als Davos Platz bezeichneten über. Hotels und Pensionen, alle mit gedeckten Veranden, Balkons und Liegehallen reichlich versehen, auch kleine Privathäuser, in denen Zimmer zu vermieten waren, lagen zu beiden Seiten. Hier und da kamen Neubauten, manchmal setzte auch die Bebauung aus, und die Straße gewährte den Blick in die offenen Wiesengründe des Tals. Hans Castorp in seinem Verlangen nach dem gewohnten, geliebten Lebensreiz hatte sich wieder eine Zigarre angezündet, und wahrscheinlich dank dem vorangegangenen Biere vermochte er zu einer unaussprechlichen Genugtuung, hier und da etwas von dem ersehnten Aroma zu verspüren. Nur selten und schwach freilich, es war eine gewisse nervöse Anstrengung nötig, um eine Ahnung des Vergnügens zu empfangen, und der abscheuliche Ledergeschmack herrschte bei weitem vor. Unfähig, sich in seiner Ohnmacht zu finden, rang er eine Weile nach dem Genuss, der sich ihm entweder versagte, oder nur spottend ahnungsweise von Ferne zeigte, und warf die Zigarre endlich ermüdet und angewidert fort. Trotz seiner Benommenheit fühlte er die Höflichkeitsverpflichtung, Konversation zu machen und suchte sich zu diesem Zwecke der ausgezeichneten Dinge zu erinnern, die er vorhin über die Zeit zu sagen gehabt hatte. Allein es erwies sich, dass er den ganzen Komplex ohne Rest vergessen hatte und über die Zeit auch nicht den geringsten Gedanken mehr in seinem Kopf beherbergte. Dafür begann er von körperlichen Angelegenheiten zu reden, und zwar etwas sonderbar. »Wann misst du dich wieder?« fragte er, »nach dem Essen.« »Ja, das ist gut. Da ist der Organismus in voller Tätigkeit, da muss es sich zeigen.« Das Behrens von mir verlangte, ich sollte mich ebenfalls messen, »das war doch wohl nur ein Spaß, höre mal.« Settembrini lachte ja auch aus vollem Halse darüber. »Es hätte doch absolut keinen Sinn. Ich habe ja auch nicht einmal ein Thermometer.« »Nun«, sagte Joachim, »das wäre das Wenigste.« »Du brauchst dir nur eines zu kaufen. Hier sind überall Thermometer zu haben, beinahe in jedem Laden.« »Aber wozu denn?« »Nein, die Liegekur, die lasse ich mir gefallen. Die will ich wohl mitmachen. Aber das Messen wäre zu viel für einen Hospitanten. Das überlasse ich denn doch lieber euch hier oben.« »Wenn ich nur wüsste,« fuhr Hans Castorp fort, indem er beide Hände zum Herzen führte wie ein Verliebter, »warum ich die ganze Zeit solches Herzklopfen habe. Es ist so beunruhigend.« »Ich denke schon länger darüber nach.« »Siehst du, man hat Herzklopfen, wenn einem eine ganz besondere Freude bevorsteht oder wenn man sich ängstigt. Kurz, bei Gemütsbewegungen nicht. Aber wenn einem das Herz nun ganz von selber klopft, grundlos und sinnlos und sozusagen auf eigene Hand, das finde ich geradezu unheimlich. Verstehe mich recht, es ist ja so, als ob der Körper seine eigenen Wege ginge und keinen Zusammenhang mit der Seele mehr hätte, gewissermaßen wie ein toter Körper, der ja auch nicht wirklich tot ist, das gibt es ja gar nicht, sondern sogar ein sehr lebhaftes Leben führt, nämlich auf eigene Hand. Es wachsen ihm noch die Haare und Nägel und auch sonst soll physikalisch und chemisch, wie ich mir habe sagen lassen, ein überaus munterer Betrieb darin vorherrschen.« »Was sind denn das für Ausdrücke?« sagte Joachim besonnen verweisend. »Ein munterer Betrieb. Und vielleicht rächte er sich damit ein wenig für den Verweis, den er heute früh wegen des Schellenbaums erhalten hatte.« »Aber es ist doch so, es ist ein sehr munterer Betrieb.« »Warum nimmst du den Anstoß daran?« fragte Hans Castorp. »Übrigens erwähnte ich das nur nebenbei. Ich wollte nichts weiter sagen als, es ist unheimlich und quälend, wenn der Körper auf eigene Hand und ohne Zusammenhang mit der Seele lebt und sich wichtig macht, wie bei solchem unmotivierten Herzklopfen. Man sucht förmlich nach einem Sinn dafür, einer Gemütsbewegung, die dazu gehört, einem Gefühl der Freude oder der Angst, wodurch es sozusagen gerechtfertigt würde. So geht es wenigstens mir. Ich kann nur von mir reden.« »Ja, ja«, sagte Joachim seufzens, »es ist wohl so ähnlich, wie wenn man Fieber hat. Da beherrscht auch ein besonders munterer Betrieb im Körper, um deinen Ausdruck zu gebrauchen. Und da mag es schon sein, dass man sich unwillkürlich nach einer Gemütsbewegung umsieht, wie du sagst, wodurch der Betrieb einen halbwegs vernünftigen Sinn bekommt. Aber wir reden so unangenehmes Zeug,« sagte er mit bebender Stimme und brach ab, worauf Hans Castorp nur mit den Achseln zuckte, und zwar ganz so, wie er es gestern Abend zuerst bei Joachim gesehen hatte. Sie gingen eine Weile schweigend. Dann fragte Joachim, »Nun, wie gefallen dir die Leute hier? Ich meine, die an unserem Tische?« Hans Castorp machte ein gleichgültig musterndes Gesicht. »Gott,« sagte er, »sie scheinen mir nicht sehr interessant zu sein. An den anderen Tischen sitzen, glaube ich, interessantere. Aber das kommt einem vielleicht nur so vor. Frau Stürbner sollte sich das Haar waschen lassen. Es ist so fett. Und diese Masulka da, oder wie sie heißt, kommt mir etwas albern vor.« Immer musste sich das Taschentuch in den Mund stopfen vor lauter Kichern. Joachim lachte über die Namen Versammensverdrehung. »Masulka ist ausgezeichnet,« rief er. »Varushia heißt sie, wenn du erlaubst. Das ist so viel wie Marie. Ja, sie ist wirklich zu ausgelassen,« sagte er, »und dabei hätte sie allen Grund gesetzter zu sein, denn sie ist gar nicht wenig krank.« »Das sollte man nicht denken,« sagte Hans Castorp, »sie ist so gut imstande. Gerade für brustkrank sollte man sie nicht halten.« Und er versuchte mit dem Fette einen flotten Blick zu tauschen, fand aber, dass Joachims sonnenverbranntes Gesicht eine fleckige Färbung zeigte, wie sonnenverbrannte Gesichter sie annehmen, wenn das Blut daraus weicht und dass sein Mund sich auf ganz eigentümlich-klägliche Art verzerrt hatte. Zu einem Ausdruck, der dem jungen Hans Castorp einen unbestimmten Schrecken einflößte und ihn veranlasste, sofort den Gegenstand zu wechseln und sich nach anderen Personen zu erkundigen, wobei er Maruschia und Joachims Gesichtsausdruck rasch zu vergessen suchte, was ihm auch völlig gelang. Die Engländerin mit dem Hagebuttentees Miss Robinson, die Nähterin war keine Nähterin, sondern Lehrerin, an einer staatlichen höheren Töchterschule in Königsberg, und dies war der Grund, weshalb sie sich so richtig ausdrückte. Sie hieß »Fräulein Engelhardt«. Was die muntere alte Dame betraf, so wusste Joachim selber nicht, wie sie hieß, wie lange er auch schon hier oben war. Jedenfalls war sie die Großtante des Jochut-essenden jungen Mädchens, mit dem sie beständig im Sanatorium lebte. Aber am kränksten von denen am Tisch war Dr. Blumenkohl, Leo Blumenkohl aus Odessa, jener junge Mann mit dem Schnurrbart und der sorgenvoll verschlossenen Miene. Schon ganze Jahre war er hier oben. Es war jetzt stöttisches Trottoir, auf dem sie gingen. Die Hauptstraße eines internationalen Treffpunktes, das sah man deutlich. Flanierende Kurgäste begegneten ihnen, junge Leute zumeist, Kavaliere in Sportanzügen und ohne Hut, Damen ebenfalls ohne Hut und in weißen Röcken. Man hörte Russisch und Englisch sprechen. Läden mit schmucken Schaufenstern reiten sich rechts und links, und Hans Castorp, dessen Neuge heftig mit seiner glühenden Müdigkeit kämpfte, Zwang seiner Augen zu sehen und verweilte lange vor einem Herrenmodegeschäft, um festzustellen, dass die Auslage durchaus auf der Höhe sei. Dann kam eine Rotunde mit gedeckter Galerie, in der eine Kapelle konzertierte. Hier war das Kurhaus, Auf mehreren Tennisplätzen waren Partien im Gange. Langbeinige, rasierte Jünglinge in scharf gebügelten Flanellhosen auf Gummisohlen mit entblößten Unterarmen spielten gebräunten und weiß gekleideten Mädchen gegenüber, die anlaufend sich in der Sonne steil emporreckten, um den kreideweißen Ball hoch aus der Luft zu schlagen. Wie Mehlstaub lag es über den gepflegten Sportfeldern. Die Vättern setzten sich auf eine freie Bank, um dem Spiele zuzusehen und es zu kritisieren. »Du spielst hier wohl nicht?« sagte Hans Castorp. »Ich darf ja nicht«, antwortete Joachim. »Wir müssen liegen, immer liegen.« Settembrini sagt immer, »wir lebten horizontal.« »Wir seien horizontale«, sagt er. Das ist so ein fauler Witz von ihm. »Es sind Gesunde, die da spielen, oder sie tun es verbotener Weise. Übrigens spielen sie ja nicht sehr ernsthaft, mehr des Kostüms wegen. Und was das Verbotensein betrifft, da gibt es noch mehr Verbotenes, was hier gespielt wird. Poker, verstehst du? Und in dem und jenem Hotel auch Petit Cheveau. Bei uns steht Ausweisung darauf, es soll das Allerschädlichste sein. Aber manche laufen noch nach der Abendkontrolle hinunter und pointieren. Der Prinz, von dem Behrens seinen Titel hat, soll es auch immer getan haben. Hans Castorp hörte das kaum. Der Mund stand ihm offen, denn er konnte nicht recht durch die Nase atmen, ohne dass er übrigens Schnupfen gehabt hätte. Sein Herz hämmerte in falschem Takte zu der Musik, was er dumpf als quälend empfand. Und in diesem Gefühl von Unordnung und Widerstreit begann er einzuschlafen, als Joachim zum Heimgehen mahnte. Sie legten den Weg fast schweigend zurück. Hans Castorp stolperte sogar ein paar Mal auf der ebenen Straße und lächelte wehmütig darüber, indem er den Kopf schüttelte. Der Hinkende fuhr sie im Lift in ihr Stockwerk. Sie trennten sich von Nummer 34 mit einem kurzen Auf Wiedersehen. Hans Castorp steuerte durch sein Zimmer auf den Balkon hinaus, wo er sich, wie er ging und stand, auf den Liegestuhl fallen ließ und, ohne die einmal eingenommene Lage zu verbessern, in einen schweren, von dem raschen Schlage seines Herzens peinlich belebten Halbschlummer sank.